Es gibt manche Sünden, die du begehst, von denen kommst du nie wieder los. Ganz egal, wie sehr du dich anstrengst. Ich hatte mal etwas. Ich wurde respektiert. Wisst ihr, wessen Kohle ihr hier abräumt? Ich wurde gefürchtet. Ich hab gehört, dass Kusamaf die Bar gar nicht gehört, sondern so ein paar harten Typen. Jemand hat meine Bar überfallen. Findet mein Geld. Wie viel haben die ihn abgenommen? Alles, was in der Kasse war. Haben sie gar nichts gesehen? Nee. So ist das Viertel hier, oder? Du bist immer noch im Geschäft. Ich? Ich steh nur hinter der Bar. Du bist kein harter Typ. Wir alle haben eine Vergangenheit. Das ist ein schöner Hund. Was willst du? Da sorgt man, mein Gerd. Zehn Uhr bei dir, okay? Ich komme in Frieden. Wieso das denn? Geht's Krieg? Das ist nicht gut. Er wird nicht. Einfach verschwinden. Halt dich fern von ihm. Verstanden? Hast du was Schlimmes vor? Das wir diesmal nicht wieder hinbiegen können. Ich will, dass du gehst. Du kannst nicht in andere Leute Leben reinplatzen und erwarten, dass sie dir... Hör zu, hör zu. So ist das Leben. Menschen wie ich tauchen auf, wenn du es nicht erwartest. Geht's. Kein Been Vielen Dank.